Periadmundus und herzlich willkommen zurück bei Vanilla-Urlob Season 1. Yeah! Das Glück der Erde liegt auf den Rücken der Pferdelasagne. Ja, und ja, bei dir und der Pferdelasagne und bei mir im etwas klein geratenen Nether-Hub. Und verdammte Scheiße, können diese Penner nicht mal leiser Auto fahren? Ich habe es zum Glück nicht mitgekriegt, also ja. Wie man sieht, die Pferde haben sich leider wieder losgerissen. Ja, ich habe Pferde. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal hatte. So lange habe ich die ja auch noch nicht. Und ja, seit der letzten Aufnahme ist einer von den beiden Missing-in-Action-Spielern aufgetaucht, hat sich gemeldet und er ist natürlich der Erste, der mich auch gefunden hat hier. Innerhalb von mehr oder weniger einer halben Stunde. Küsschen! Linus! Da könnt ihr euch ein Beispiel dran nehmen. Ja! Was hingegen nicht so schön ist, äh, ja. Ich gehe mal zu den Schildern hin und das werde ich ihm, glaube ich, dann bei Gelegenheit nochmal persönlich sagen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich bei mir was leiht. Das ist ja... Okay. Ich erstmal auch nicht. Erstmal. Aber wenn das dann ausartet... Richtig. Nur, ich mag es nicht, wenn hier in meiner Behausung jemand rumläuft, wenn ich nicht dabei bin. Grund für Sicherheitsanlagen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Leines hat sie... Leines sei schon... Der gute Alex hat sie aber auch schon am eigenen Leib erfahren. Ja, meine Behausung ist minimal gesichert und der Alex ist in eine der Sicherungsanlagen reingelaufen. Sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, ich habe nichts dabei, wenn man sich was leiht. Aber bitte, wenn Fragen und nur, wenn ich dabei bin. Weil ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Es ist ja nicht so, dass gleich wieder in den ersten zwei Tagen, wo die eben alle meinen hier auf dem Server an Sachen verschwunden sind, ne? Ähm. Ja. Und daher, also ich bin da ein bisschen grießgrämig kann ich dann werden. Und unter Umständen erschlag ich ihn beim nächsten Mal, wenn ich ihn sehe, wenn er mich besuchen will oder so. Auch einfach mal direkt als, ja, war es hier und ich war nicht da. Strafe. Als Intruder. Richtig. Ich muss mir dann noch ein besseres Schwert bauen, denn falls er die XP-Farm schon ausgiebig genutzt hat. Ja, und wie man sieht, wie gesagt, ich war hier zwischendurch mal fleißig. Das ist schon wieder Nacht. Ach ja, du bist ja im Nether. Ich bin im Nether. Es ist erstaunlich, wie viel man hinkriegt, wenn einem vor zwei Tagen schlagartig bewusst wird. Oh, du hast für die Aufnahme noch gar nichts vorbereitet. Stimmt, in den Nether könnt ihr auch noch mal kurz entschwinden. Da habe ich hier dann mal so ein bisschen was vorbereitet. Im Übrigen, ich habe dir da die Rods und die Dings in die Kiste gelegt. Kannst du nicht verfehlen. Beim Spawn da? Alles klar. Weniger beim Spawn, mehr da beim Durchgang. Durchgang, alles klar. So irgendwo da bei der XP-Farm. Irgendwo so in der Nähe. Irgendwo da. Alles klar. Wie man sieht, ich habe hier auch so ein kleines bisschen den Raum vergrößert und verschönert. Habe inzwischen auch unsere, wo die wilden Pilzkühe leben, angeschlossen. Übrigens der Weg, über den der gute Alex hierher gefunden hat, weil dort halt auch ein Nether-Portal ist. Dass er die Insel so schnell gefunden hat, spricht aber an sich auch schon für extremen Erforscher dran. Ja, ich glaube, wir haben da einen ziemlich guten... Ja, der ist auch pfiffig, muss man zugeben. Auf jeden Fall. Da sagen wir jetzt... Ich habe es dir ja schon berichtet, aber... Ja, genau. Lück genauso. Der hat mich auch gestern schon mal gefragt, ob ich das ausprobiert hätte bei ihm. Und da musste ich sagen, nee, und da wurde er ein bisschen gnatschig. Und bei ihm was ausprobiert? Hm. Ja, bei ihm eben das ausprobiert, worüber wir uns gerade nicht näher unterhalten haben. Alles klar. Er hat dann wohl auch schon Besuch bekommen. Ah, da hinten ist eine Kiste. Yeah! Haben die beiden Tränke gut geholfen? Oh ja. Kannst ja mal gucken, wie viel es gegeben hat. Jawoll, ja. 19 Stück. Das ist doch herrlich. Und das war bis die Hälfte von dem, was ich gesammelt habe, ohne Looting. Lass die Kiste einfach mal stehen für weitere Teuschaktionen, solange... Ja, da habe ich mir so gedacht. Können wir da ja so mal verbleiben lassen. Du musst dazu sagen, da der gute Reggie Lohnen farmen wollte... Weiß ich, hast du dann bei dir in der Nähe noch eine Festung oder irgendwas gefunden? Nö, ich bin bei dir dann hingeflitzt. Alles klar. Da ich bis auf dieses Loch hier in der Nether-Decke, wo ich mich bespaße, noch nicht weiter im Nether war... Aber wie man an der Fail-Liste sieht, mich auch schon zweimal über den Dauer-Fackel-Bug... Ja. ...leben lassen musste. Der mich ja auch ein Leben gekostet hat. Und ich habe es neulich dann auch ausprobiert, habe mir ja auch wieder so einen Gang gemacht. Es kam kurz Lava, ich habe angefangen zu brennen, habe die Lava schnell zugebaut, beziehungsweise bin... ...wanisch rückwärts zu bauen, damit es in der Sicherheit ist, brannte, brannte. Mit voller Nahrung, vollem Leben. Und als ich bei der Hälfte angekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es irgendwie komisch. Dann habe ich mal... Ja, es ist theoretisch Cheaten, aber ich habe da mal Game-Mode angemacht, weil ich es einfach mal wissen wollte. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, ich habe fast zwei Minuten gebrannt. Ja. Obwohl ich nichtmals mehr in der Lava stand. Dementsprechend renne ich hier jetzt auch nur... Eigentlich, wenn ich hier auch nur einen Block abbaue, nur noch mit Fire-Potion rum. Und das ist auch der Grund, warum Reggie halt auch lohnen wollte. Einmal zu Tränke brauen. Netherwarzen, das hat er ja schon von mir. Richtig, die muss ich auch noch anbauen unbedingt. Da muss ich noch eine Farm bauen, aber ich glaube, da werde ich dann... ...hier im Nether-Hub in einer der Ecken auch noch eine allgemeine Nether-Ward-Farm basteln. Ja, warum nicht? Und ja, da... Weil er da an die Lohnen wollte, habe ich ihm dann zwei von mal ein Feuertränken, die ich noch auf Lager hatte, gegeben. Habe gesagt, hey, bring mir ein paar Lohnen mit und dann passt das schon. Und joa. Kann man ja auch so machen. Richtig, weil ohne die Tränke... Wie gesagt, effektiv... Ich brauche effektiv sowieso erst mal primär drei, damit ich, ähm... Too many monsters are nearby? Wo? Katzen, vertreibt die Monster! Äh... Nein. Hallo? Hallo! Wo soll ich morster sein? Das wird hier nicht durchgemacht! Acho, in meine Uhr wird hier nicht durchgemacht! so bei der, lass mich nicht lügen, 30. Ironpick. Apropos. Ja, Ironpicks hab ich da auch schon unzählige verballert. Ich hab ja da auch schon so in den ein, zwei kleinen Gänge gebuddelt. Deswegen lauf ich auch mittlerweile schon immer mit 8 rum. Ah. Ach nee, die hab ich noch unten in der Kiste. Mein zweites Bauprojekt ist inzwischen auch gestartet. Das werd ich aber noch nicht zeigen. Das bleibt noch unter Verschluss. Geheimhaltungsklausel und so. Genau. Na gut, wer da vorbeikommt, kannst du nicht übersehen. Nicht unbedingt. Dafür habe ich Gras gebraucht. Und Gras muss man ja Silky Touch haben. Ich hab da so drei Schaufeln in Schaden dürfen. Pissiski kriegt er, sprich 90 Level, Unbreaking 3, Efficiency 4, Efficiency 4, Fortune 3 und dann kam so Efficiency 4, Silk Touch 1. Ja. Mehr als Eis kriegst du ja bei Silk Touch sowieso nicht. Ja, braucht man auch nicht. Und wieder mal ohne XP-Farm, sondern alles mit normalen Nether-Stein-Brennen und Farmen und... Ja, die 32 Level, die ich jetzt habe, gut, die sind jetzt noch von der Äh, Aktion mit den Blaze, aber Ähm... Das meiste habe ich mir hier auch schon über Nether-Quartz geholt. Also das ist wirklich, äh... Verflucht. Gute XP. Mhm. Gibt, glaube ich, ein Grund, warum Küsschen da so hinterher war. Ne, ja. Weil man damit relativ... Wo hatte ich meinen? Da hatte ich meinen. Dann nehme ich... Machen wir gleich mal wieder zwei Feuer-Resi-Trinker. Die brauche ich erstmal nicht. Die brauche ich. Und ich brauche... Aber... Ja, ich habe... Entgegen der Tür. Bereits den zweiten Speed-Smelter in meiner Behausung, äh... Fertig gemacht. So, gucken, ob man jetzt mal schlafen könnte, oder wo noch Monster hierbei sind. Werde auch hier, ich habe nur vergessen, aus den Kisten Hopper zu machen, hier dann in eine von den Ecken, von den Ecken, äh, des Nether-Hubs auch was basteln. Also ich denke mal, ich werde in eine Ecke eine Nether-Ward-Farm, in eine Ecke eine... So ein Speed-Smelter für Sachen, die man hier im Nether-Farmt, also speziell für Nether-Rack und so. In eine Ecke kommt vielleicht ein Treppenhaus für eine Erweiterung, weil, so wie ich es jetzt geplant habe, man sieht das hier schon mal so grob, wird in jedem... in jedem der vier Segmente, die ich hier aushebe, drei, äh, Tunnel-Anbindungen möglich sein, mit denen man dann, wie, äh, der gute Lück schon etwas zurückbauen musste und auch noch ein bisschen anpassen muss, damit er hier vernünftig hinkommt, ähm, dann zu seinem Portal eine Bahnstrecke oder hinbauen kann. Ich habe nur ein Problem und das sieht man hier, vielleicht kann mir da ja mal, äh, können ja mal unsere Zuschauer mir da was zu sagen. Ich möchte hier nämlich so eine wunderschöne Zick-Zack-Treppe mit Nether-Brick-Stairs hinbauen, aber entweder ich... Das normalerweise auch funktioniert, ne? Normalerweise. Und ich möchte bitte, dass in den, in den Ecken halt diese, die großen Eck-Stairs sind, wie ich sie hier habe. Das Problem ist, wenn ich in einer Ecke anfange und rüberarbeite, passiert mir das, dass eine Ecke halt nicht diese Ecke bildet und wenn ich es von außen nach innen baue, passiert mir das. Ich kann das gerne demonstrieren. Ja. Äh... Ja, Feuer Resistance. Es mag mich nicht, ob ich jetzt da andrücke oder da andrücke, entweder es verbindet sich mit dem oder es verbindet sich mit dem, aber ich kriege keine. Aber diese hier will sich einfach nicht in die Ecke umdrehen und die Verbindung bauen. Ja, irgendwie, wie gesagt, normalerweise funktioniert das ja. Wir haben es ja auch beide mit sich, hat schon noch genug aufgebaut, sowas, schon noch genug bei Dächern und Kram. Dass das jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert, äh, ja. Ich war auch sehr irritierend. Irgendwas im Micro-Update sich vielleicht geändert hat? Möglich. Weiß es nicht, aber vielleicht, wie gesagt, kann mir das ja mal einer sagen. Bis jetzt hat noch, also, weder der Herr Okami noch... Glück noch, Suki. Wen hatte ich denn hier noch jetzt die Tage? Suki müsste noch mit dabei gewesen sein, gegebenenfalls. Äh, Küsschen war, ich glaube, Küsschen war da. Oh, war ja. Und hat sich das angeguckt. Ich weiß gar nicht. Irgendwer war auf jeden Fall noch hier und wusste da auch nichts zu. Wir können schon mal ein paar Zauntore bauen. Ich mag mich, meine Erinnerung mag mich jetzt aber auch vielleicht wieder Lügen strafen. Ich bin, äh, im Moment, ja. Mit den Gedanken an Orten, von denen ich selbst nicht weiß, wo sie sich befinden. Sehr schön, Umschreibung. So, machen wir mal ein paar Zauntore. Ich werde nämlich gleich die Puder-Rosa-Range aufbauen. Eigentlich wäre das eine Idee. Mit Rosa, oder? Oder rosa Clay. Ich habe da noch so ein paar rosa Schafe rumlaufen. Ich habe die auch. Ich habe die auch. Ich habe die auch schon ein paar Mal abgefarmt. Wenn du welche brauchst, in der Kiste neben der Schiebfarm bei mir. So, vier Türchen. So, haben wir das. Jetzt müssten das hier auch fertig sein. Jawohl. Jetzt habe ich erstmal wieder sechs Feuer-Resistance-Tränke. Je acht Minuten. Da komme ich erstmal wieder mit hin. Eins, zwei, drei. Und zack. Zack, zack, zack. Ja, und so bespaße ich mich, wie gesagt, schon die letzten zwei Tage. Und habe mir gedacht, meh, ich könnte es zwar alles offline machen, aber nö, ihr solltet ja auch was von haben. Richtig, und alles nur in Timelapse, ne? Naja, nee, vor allen Dingen in Timelapse, da sagst du wieder was. Ja? Ich sage mal so, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Slime-Farm immer noch nicht komplett ausgehoben. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, jetzt kommen wir mal zur Vorproduktion, habe ich auch noch keine einzige Timelapse gerendert. Hauptsache, du hast da auf dem Schirm, wann du deine Timelapse theoretisch rausbringen musst. Naja gut, von der Slime, von der Spoiler, da haben wir so ziemlich nichts. Zu Beginn unserer Einzelaufnahmen, die erst übernächste Woche beginnen. Mhm. Ich glaube, dann muss ich nämlich auch mal eine drei oder vier Timelapse rausbringen, einen Tag davor. Erinnere mich mal daran, weil jetzt können wir wieder aus dem Nähkästchen plaudern, es ist Sonntag, an dem wir aufnehmen. Und montags ist ja Upload-Tag. Erinnere mich morgen bloß daran, dass ich Musik raussuche. Das ist effektiv der einzige Grund, weshalb wir noch nicht gerendert sind. Und noch eines, was ganz wichtig am Herzen liegt. Seit nun einigen Folgen rendere ich auf andere Art und Weise. Schreibt mir mal dazu in die Kommentare, wie sich die Videoqualität verändert hat. Ob sie besser geworden ist, ob sie schlechter geworden ist, was ihr davon haltet. Es ist für mich zwar im ersten Moment ein bisschen mehr Arbeit, die ich händisch machen muss. Im Endeffekt muss ich aber persönlich sagen, alleine vom Vorschauen hier bei mir auf dem PC ist die Qualität auf jeden Fall besser. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, habe ich sogar dann auch schon bei Blackguards damit angefangen, das zu tun. Ja, das ist ja immer noch so ein kleiner Zeitversatz. Ja, wir haben zwar theoretisch dadurch, dass wir jetzt so drei Folgen nicht mehr ganz so viel vorproduktion, was wir auch nochmal ein bisschen ändern müssen. Ja, genau. Wir haben ja auch den Sendeplan wieder etwas umgestellt. Jetzt kommen nicht drei Zwei-Folgen, sondern drei Drei-Folgen. Guten Tags, Mittwochs, Freitags. Richtig. Immer um 13 Uhr. Einschalten dabei sein. Zwei, drei, vier. Ja, ich glaube, ich muss meinen Berg hier ein Stück weit wegreißen. Na ja, ich brauche eher Erde. Herr Okami. Ja? Aktuelle Themen, über die wir uns unterhalten können. Das fange ich mal so an. Oh, das wäre schön, wenn du mal auch welche hast. Ich habe dich gefragt. Ja, ich habe keine vorbereitet. Ich habe mir gedacht, du kannst das ja auch mal. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich wieder dran. Was haben wir denn im Moment? Gut, aktuell ist immer noch, wie gesagt, durch Vorproduktion. Wird das wahrscheinlich alles schon ein alter Hut sein. Aber im Moment haben wir ja immer noch die Aktion mit der Ukraine. Mannigfaltig. Ja, stimmt, stimmt. Wo sie jetzt ja mittlerweile anfangen, sich gegenseitig den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Richtig. Nach dem Motto, äh, nee, der eine sagt, nee, das waren nicht unsere Scharfschützen. Der andere sah und behaupten, es waren die Scharfschützen vom anderen. Und, äh, ja. Ja, das kann doch arg lustig werden. Jetzt wurden ja auch in der Ostukraine die ersten, äh, Dings gesichtet. Äh, 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 Söldner. Jetzt habe ich es. Ei, 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 ei. Ich glaube von Blackwater. Äh, ja, ich sag mal so, abwarten, wann es da endlich mal richtig knallt. Äh, mehr als bis jetzt. Ja, das ist, äh. Was nicht schön ist, was man eigentlich auch nicht unbedingt möchte. Also, nein. Nein, bloß nicht. Das, äh, können sie gerne lassen. Weil ich dann immer nämlich so aus irgendwelchen, mir unverständlichen Gründen, den Trailer von Modern Warfare 3 vor Augen habe. Wo am Ende des Trailers sich das M umdreht. Man mag mich einen Schwarzmaler und Pessimisten nennen, aber, äh, naja. Tja, ich weiß nicht, ob das so schwarz gemalt und pessimistisch ist. Äh, leider. Leider, leider, er, er. Ach, 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 so, das, so, joa. Ich muss ja hier wieder so mehr oder weniger hohes Sicherheitstrakt für die Pferde rausmachen, damit die Beißen, die Biester nicht abhauen. Was habe ich vorhin in meiner, äh, tollen Zeitung gelesen? Einer Automobilzeitschrift, auf deren Namen ich nicht näher eingehe. Äh, VW. B plant jetzt, ähm, Budgetcars, also Low-Budgetcars quasi, für den chinesischen Markt. A, Volkswagen ist dem Namen schon ewig nicht mehr gerecht, weil, wo sind das noch, Volkswagen? A, richtig. Äh, und B, ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß auch, welches Thema du hinaus willst. Genau das, genau das, genau das, deswegen musste ich nämlich auch lachen, als ich das gelesen habe. Ich dachte erst so, oh geil, es gibt Low-Budgetcars-Einstiegsautos für den deutschen Markt. Was nur für China und wenn es da klappt, soll es dann nach Vietnam, Indonesien und Hassel nicht gesehen gehen und dann, Moment mal. Liebe VW-Einhänger da draußen, wo du ja auch im Endeffekt zu zählst. Ich effekt, ich effekt, ich effektiv auch. Ich habe bei VW mal gelernt. Ja, ich bin meines, ich bin, äh, von vorn her weg, äh, Kfz-Mechatroniker. Er ist vorbelastet. Ich bin vorbelastet und habe bei VW und Audi gelernt, dementsprechend, aber, ähm, deswegen muss ich noch immer nicht alles gut finden, was die fabrizieren. Nee, und wie gesagt, Volkswagen, den Namen, oder auch mit der schönen Werbung, DAS Auto. Ja, für Besserverdiener inzwischen. Äh, nein, ganz ehrlich, wenn ich DAS Auto haben will, dann kaufe ich mir ein Audi und keinen VW. Auch wieder wahr. Der ist von der Verarbeitung, von der Ausstattung und im Allgemeinen wesentlich schöner. Ja, aber mal ganz ehrlich, Low-Budget-Autos für den chinesischen Markt. Und dann gibt es... Ich nehme mal ein, bei dir ist auch gerade so diese Koros, 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 Koros. Genau, Koros, 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 googelt Koros. Genau, googelt Koros, mit Q geschrieben. Ganz ehrlich, äh, die wollen solche Kisten da für den Markt bauen, während unser eins, beziehungsweise wir beide eins, uns einig sind, dass wir uns, wenn wir das Geld hätten, sofort, äh, wenn die Fahrzeuge, äh, für hier zu rüber kommen, uns nur Koros kaufen würden, ein Auto, das in China produziert wird. Und wahrscheinlich wird der eine oder andere, der die Marke nicht kennt, jetzt, oh mein Gott, schreien, wie kann man nur? Dem ist dann allerdings zu sagen, dass sich... Ich weiß warum. Also sich, dass, äh, Führungs... Dass der Führungsstab sich liest, wie das Who ist Who der deutschen Autohersteller. Ja. Weil in den Führungsetagen bei Koros sitzen VWler, BMWler, äh, Qualitätssicherung, äh, erstmal der Hauptingenieur, der das ins Leben gerufen hat, das ist ein chinesischer Unternehmer, der hat das Geld dazu gesponsert, dann war es einer, der für BMW entwickelt hat, der hat mehr oder weniger die Haupt-, die Schirmherrschaft darunter sich, Sicherheitsexperten, glaube ich, von Saab. Äh, Qualitätsmanagement von Audi, VW, äh, also, im Endeffekt alles, was Rang und Namen hat und was dann auch von der deutschen Autoindustrie niedergeschrieben wurde, nach dem Motto, seid ihr bekloppt, wie könnt ihr sowas tun? Äh, schön unter der Hand, natürlich. Ja, selbstverständlich unter der Hand. Man kann doch keine leise Kritik laut äußern. Nee, macht damit den europäischen Markt kaputt, wenn er sowas bringt. Äh, ja, ein Auto, das im Endeffekt qualitativ nach europäischen Standards gefertigt wird, zu einem Preis für Vollausstattung, lass uns mal 22.000, 23.000 Euro kosten. Ja, Vollausstattung und bei Vollausstattung reden wir von einem, äh, vollen Infotainment, äh, großes Navigationssystem, Lederausstattung, äh, Xenonscheinwerfer, Kaffeemaschine, Toaster. Ja, also, äh, wie das eigentlich bei den asiatischen Fahrzeugen nun mal so ist, wenn man bei denen Vollausstattung kauft, man bezahlt weniger und kriegt ein Auto, das eine Ausstattung hat, bei dem man hier, äh, so ab 30.000 aufwärts eventuell gerade noch so kriegen könnte. Du meinst, weil, äh, anfängt die Aufpressliste zu lesen und einen Herzinfarkt bekommt? Ja. Hey, ich möchte eine umklappbare Rücksitzbank haben, was es vor 20 Jahren, 10 Jahren Standard war in jedem Auto. Ja, Standard. Das sind 600, 700 Euro Aufpreis. Moment mal, ich will mal eine Rücksitzbank umklappen, das sind zwei kleine Scharniere, 600, 700 Euro Aufpreis. Und das ist etwas, was... Ja, nein, 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 Moment, das Umklappen ist ja erstmal nicht das Ding, aber die geteilte Umklappbare... Oh Gott, die ist ja noch teurer. Ja, also, ne, wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen, es ist ja seltener, dass es um die Umklappbare geht, sondern um die geteilt Umklappbare. Nee, ich hab auch schon, und da muss ich sagen, das war bei einer Aufpressliste von Volkswagen. Okay. Bei welchem Auto? Äh, gesehen, das war, ich glaube, das sollte ich für einen Arbeitskollegen, der hatte sich für ein neues Auto interessiert, da hatte ich mal aus Jux und Tollerei mit dem damals gesucht, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ja, wo wir dann bei VW mal geguckt haben und dann da Aufpreisliste kam, Unklappbare Rücksitzbank, ähm, ähm, okay, und danach kam die Unklappbare geteilte Rücksitzbank für noch mehr Aufpreis. Und ich mir nur gedacht habe, habt ihr einen Schatten, meine Herren? Einen Schatten haben die sowieso, also, ich muss ganz ehrlich sagen, manchen Ingenieur, schrägstrich Wirtschaftsingenieur, der bei, äh, VW, sowohl als auch bei Audi, die können das genauso scheiße, arbeitet, würde ich, äh, mit wachsender Begeisterung liebend gerne, äh, immer munter in die Fresse hauen, weil jeder, der schon mal an den neueren Fahrzeugen schrauben durfte, schrägstrich musste, äh, wird mir, glaube ich, beipflichten, dass einige... Privat oder gezwungen, ne? Äh, oder halt bei mir, wie durch die Ausbildung schon mal dran schrauben musste, ist... Das war mit gezwungen gemeint? ...dürfte sich einig sein damit, dass da einige bautechnische Lösungen in den Fahrzeugen getätigt wurden, die, mhm, wie drücke ich's am besten aus? Ähm, politisch denn? Ähm, sagen wir mal so, die ein Mensch mit normalem, gesundem Verstand und Logikverständnis so nicht getätigt hätte. Hm, sehr schön durchschrieben. Aber ja, stimmt. Um nicht ausfallen zu werden. Ich erinnere mich da an den Caddy, den wir als Firmenwagen hatten. Hey, hinten ist ein Bremslicht kaputt, ja, da können wir doch tauschen. Ach nee, fahr mal nach XYZ in den Werkstatt, lass das die machen. Bringt das Auto hin. Ja, okay, können sie in drei Stunden wieder abholen. Was? Wir sollten doch bloß die Lampe tauschen. Ja, beim Caddy musst du dafür die, äh, je nach Modell musst du die Stange, die Dings abbauen. Verkleidung abbauen, den Rückscheinwerfer musst du ja komplett ausbauen. Wobei, drei Stunden, das geht normalerweise in einer halben. Ja, keine Ahnung, was die hatten wir. Wie gesagt, äh, er hat uns das dann so erklärt, dass er das Ding komplett auseinandernehmen muss. Äh, nicht nur die Verkleidung, sondern auch den Scheinwerfer selbst zerlegen muss. Äh, keine Ahnung. Äh, äh. Äh, interessante Firma. Sag, drück ich es mal so aus. Ja. Wirst du kennen? Namen sag ich jetzt bewusst nicht. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise, selbst beim Caddy, die Verkleidung, du baust die Verkleidung ab, dann machst du die Schrauben für den Scheinwerfer los, baust den Scheinwerfer aus, machst nochmal, ich glaube drei oder vier Schrauben waren es los und kannst die Lampe rausziehen. Aber mittlerweile dürfen sie sowas ja gar nicht mehr bauen, weil gemäß Gesetzgeber müssen die Fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen so beschaffen sein, dass der Kunde, Schrägstrich, Besitzer des Fahrzeugs in der Lage ist, die Leuchtmittel selbsttätig zu wechseln. Juhu. An dem gesamten, an dem Trägerteil und nicht an dem, äh, an dem Leuchtmittel selber. Das einzige, was am Leuchtmittel sitzt, ist die Leuchtmittelüberwachung. Bei höher aufpreisigen Systemen, die dir dann sagen, noch eventuell, wie lange die Lampe noch hält. Ja. Stimmt, stimmt natürlich auch. Ja, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen der Vergangenheit geplaudert. Ja, wie gesagt, für mich ist es immer noch unbeschreiblich, was da der Otto-Industrie stellenweise abzieht. Ähm, allein diese Überschwemmung der Produktpalette mit Fahrze... mit Nischenfahrzeugen, äh, ich meine zugegeben, den Lupo als kleinere Alternative zum Polo für... Stadtverkehr, wenn man... und bitte nehmt es uns nicht übel, Frauenauto. Ja, ich meine ganz ehrlich, also wenn du den Lupo hast, den mit der guten Motorisierung, dann macht das Ding Spaß. Macht doch Spaß, klar. Mal ganz ehrlich... Mal ganz ehrlich, alles, was dann danach noch kam, dieser Fox, der Versuch, der Versuch, einen Volkswagen wieder zu bauen, äh, äh, ich hab dieses Auto gesehen und ich hab mich gefragt, wozu? Und meine nächste Frage war an den Verkäufer meines, äh, Ausbildungsbetriebes, ähm, wie viel kostet der Griff? Guckt der mich an, welcher Griff? Naja, der zum Wegschmeißen. Und wo muss der angeschweißt werden? Ich hab jetzt gerade irgendwie so ein Fiat-Panda-Syndrom. Schrägstich, der hat Marbella. Äh, ja. Irgendwo schon. Können wir auch gegebenenfalls gleich erklären. Ja, aber ich glaube, wir sind schon gut rüber. Oh ja, oh, oh, ja. Merkst du was? Wir haben ne Weile nicht aufgenommen und guck, achten nicht auf die Zeit und haben die erste Folge schon mit 27 Minuten verdattelt. Premium-Folge. Premium-Folge Deluxe. Und mit dem Thema geht's auch gleich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn jetzt. Tschö. Tschö.